Willkommen zurück bei Sikido Schildesdeutschweiß. Ja, wie ich ja gesagt hatte, hatte ich da nur kurz ein paar, ein bisschen Geld gesammelt. Fähig, äh, ähm, Level... Es scheint, dass deine Echt... Okay, fragen wir was im Problem. Bildhauer, hat der Buddha euch etwas gezeigt? Hast du mir zugehört? Nun? Flammen. Flammen? Das ist alles, was ich sehen kann. Es spielt keine Rolle, welches Opfer ich bringe. Flammen. Soweit ich sehen kann. Und sie verschlingen Aschina. Das. Wir sind hier fertig. So. Äh, ich möchte gerne mein Protokoll verbessern. Und zwar, ganz wichtig, hier, unser Flammenrohr. Ein Flammenlauf mit Schießprogramm. Ich möchte mir das Verbrauch geistern haben. Wir fallen mit Feuerstaaten zu, vor so einem brennenden Statusanomalie. Der Federmelchus kann aufgeladen werden. Eine gewaltige Salbe. Flammen. Heiße Luftzörfüße. Die Feinde durch die Luft schleudern. Ja, machen wir mal. Was ist das hier? Flammenrohr. Ein Lauf, der... Glimmharz enthält, das als exklusiver Katalysator dient. Verbrauch Geister-Embleme. Verursacht einen Flammenstoß mit geringer Reichweite. Kontinuierter Feuerschaden löst den Status brennend aus. Durch das Harz ist er in der Lage, einen kontinuierlichen Feuermestrom aufs Recht zu halten. Aha, cool. Phönix Friederschirm. Schützt geöffnet vor Angriffen aus allen Richtungen. Der Segen des phönixischen Schirms verhindert Schaden durch Erscheinungen. Aha. Die Funken-Axt. Unbekanntes Prothesen-Modul. Wir wollen jetzt das hier auch noch haben. Informationen der Stufe 5. Lila Rauchfunke. Flammen-Sturm. Schützt geöffnet vor Angriffen. Aus allen Richtungen der Segen. Verhindert Schaden durch vollbesitzer Angriff und das Aufbau des Brennestartes. Aha. Mit einem so vielseitig kann ich verschiedene Hilfsmaterial verwenden. Ja, dankeschön. So, jetzt wollen wir das mal austauschen. Also die Kosten sind die gleichen tatsächlich. Die sind die gleichen. Die sind die gleichen. Was macht das dann? Aha. So, okay. Scheint erst mal... Dass die jetzt mehr kaufen, ist eigentlich lächerlich. Dass die jetzt mehr kosten, ist eigentlich lächerlich. Hätte ich einfach noch viel mehr holen müssen am Anfang. Naja, egal. Wir wollen... Ja, keine Ahnung, wen wollen wir? Wir wollten eigentlich... Nein. Berg Kongo. You know what? You know what? You know what? Berg Kongo. You know? Ähm, ich weiß tatsächlich sogar, wo ich etwas übersehen habe hier im Berg Kongo. Ich hatte mich da mit Kisuko unterhalten und anscheinend war ich auf der richtigen Spur, habe aber scheiße gebaut, weil ich wohl blind bin. Mit ihm hier weiß ich immer noch nicht. Da suchen wir immer noch das komische Ding. Also dieses... Was hat er gesagt? Weiße Rose? So, gucken wir mal nach unseren Mönchen. Das könnte jetzt wieder wenigstens ein paar Level geben. Wie komme ich hier? Komm hier einfach runter. Guck nochmal eben. Hallo. Was ich hier mit anstellen kann, weiß ich auch immer noch nicht. Aber... Das soll mir auch egal sein. Ich würde gerne wissen, ob ich noch irgendwo anders hin kann von hier aus. Oh, das sieht erstmal nicht so aus. Okay. Dann... Ah, da komme ich nicht wieder hoch. Oh, da. Ab. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Äh. Ach. Ha. Du hast es also auch hierher geschafft. Naja. Ich sagte doch, ich muss was erledigen. Was macht ihr hier? Da drüben. Ich muss auf die andere Seite der Klippe. Aber ich habe keine Ahnung wie. Es gibt keinen Weg rüber. Mit einem Shinobi-Drachen wäre es möglich. Aber es ist nicht leicht, mit dem Drachen in der Luft zu bleiben. Vor allem nicht als Amateur. Mit Fracht. Ich verstehe. Unterhalb der Klippe ist ein Assassine, der die Drachen steuert. Wenn er das Ding in der Luft halten könnte. Das wäre riskant. Aber es könnte klappen. Das Problem ist, er lässt sich nicht bestechen. Was soll aus dieser Welt nur werden? Siehst du das da drüben? Ich versuche. Unterhalb der Klippe ist ein kleiner Kerl, der die Drachen steuert. Wenn er das Ding in der Luft... Gib mir Kraft. Ich will mir... Ah, jetzt kann ich was damit tun? Ich versuche. Vielen Dank. Jetzt verstehe ich noch weniger, was das alles soll. Siehst du das da drunter, wenn er... So, die geben mir natürlich ein bisschen Geld. Die geben mir Akos-Konfekte. Die geben mir, glaube ich, auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte als die anderen da eben. Die geben mir, glaube ich. Okay, ich weiß, dass es viele sind, aber das ist eigentlich alles machbar. Okay. 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 süß auch wirklich au ich habe ja aufhört das gleiche Eingangsmuster zu haben bitte ist ja grausam so ein bisschen Geld hier, ein bisschen Geld da dahin sind noch mehr Mönche ich suche immer noch diese weiße, weiße Rose oder wie auch man das Ding nennt so 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 war es in Anführungsstrichen wesentlich einfacher als jetzt wo ist das war es wesentlich einfacher als das letzten Mal erstens, weil wir stärker sind natürlich wir haben mehr Angriffskraft und außerdem im I don't give a fuck so wir wissen wo wir hin müssen ach ja meine ganze ihr gebt mir witzigerweise mehr Erfahrungspunkte als die da auf der anderen Seite ich bin runtergefallen du bist runtergefallen süß ähm also ihr gebt mir mehr Erfahrungspunkte als die bei denen ich eben Geld gefarmt hab das ist schon ein bisschen lächerlich so und hier ist keiner mit Stab dabei die ohne Stab sind mehr oder weniger schwach also nicht nur er ja au ja ich brauche euch eh nicht kann ich mit dir mittlerweile schlangenfrüchte ein die sie die doch äh traben bring ab die rein ich hab kein Reis Hi ähm so so und da ist das wo ich hin muss ja das hab ich befürchtet ähm kurz zur Erklärung ähm ich hatte ein 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 Ort gesehen wo ich dachte ich könnte da hin kam da aber nicht hin und jetzt wurde mir gesagt ich kann da doch hin ööööööööött ép also jetzt快 ich muss nur kurz gucken wo meine wo meine Spezies hier meine hee hopf okay du euch mag ich gar nicht oh wow ne euch mag ich gar nicht gut ja 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 Ah, ich sehriessly, ich bin pretty much just like you. Wie krieg ich euch den... Wie nicht. Das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht Ah, jetzt bin ich ja auch noch tot, totig, Idiot Aha, geil Ja Ja, wow, wow I'm, oh my god Das ist so stupid Oh, Gott, ich bin doch doch Jetzt bin ich ja wieder hier Da hinten hinzukommen, muss ich so oder so Natürlich So, die Einfachung Ja, komm, lassen wir das Das bringt mir nichts Das ist so stupid Nein, das war schlecht. Ich bin so schlecht in diesem Spiel, ich bin so f***ing schlecht in diesem Spiel. Hier probiere ich mein ganzes Geld aus, wozu auch. Man sollte echt... Komm ich da hoch, komm ich nicht. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. So, geht mal aus dem Weg. Witzig, gerade eben habe ich noch 30 und so für die bekommen, dafür bekomme ich nur noch 15, was soll das denn? Das war die Falsche. Da oben kann ich hin. So, der Rest ist mir egal. Kann ich jetzt bitte hier irgendwo, danke, so. Oh, hier wäre es einfach schon gewesen, ist das zum Kotzen. Hier wäre es gewesen. Das ist echt bitter, das ist echt ein bisschen bitter. Aber naja, was soll. So ist es halt. Gucken wir mal, wohin können wir, wohin müssen wir. Weiß man nicht, ne? Da hoch oder da runter? Ja, erstmal versuch ich es mit hoch. Was versuch es mich zu? Oh no, 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 hier. Das ist so ein bisschen. Warum höre ich immer noch dieses Mönchsgelaber? Zack. So, jetzt muss ich mal eben, ich will hier nichts übersehen. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Da unten ist ein neuer Händler. Hey, ho. Hier ist so ein Händler. Nice. Nice. Das ist so schlecht. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich viel ich schlecht, ich bin. Das da ist toll. Das da ist so nach dem Motto, so, ja, willst du sterben? Ja, kannst du. Nicht. Ehrlich. Oh mein Gott, haut der mir Haltung weg. Oh mein Gott, haut der mir Leben weg. Was willst du, Arturias oder was? Was willst du, Arturias oder was? Okay, 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 okay. Ich bin unzersperrt. Oh Gott. Wäre ich doch lieber zuerst zum Händler gegangen. Ich hätte so viel Geld... Göttliche Hilfe, nice. Nein. Stop it. Nein. Stop it. Wollt ihr eine Obmache, wo die Verstorben wenden nur zu? Kaki. Nehmt mir wirklich für ganze Zeit die Haltung auch wohl, um euch mal zu schaden. Drachenblut. Fünffarbiger. Reis! Ja klar, also ich brauche auf jeden Fall den Reis. Ich brauche auf jeden Fall den Reis. Den fünffarbigen Reis. Ach du ne. Hier bin ich. Wie geil. Okay. Also ich brauche auf jeden Fall den fünffarbigen Reis, muss ich später noch kaufen. Was bin ich da unten, wenn ich fragen darf? Nicht wirklich viel, ne? Ach scheiße, ich habe ja vergessen, dass ich ja... Die gab's ja auch noch, die Typen. Du schwebst in der Luft, halt voll. Mann. Du schwebst in der Luft, halt voll. So, ich bin vergiftet. Super. Du schwebst. So, hallo Ich meine, ich kann Irgendwie darunter, wollte ich sagen Alles für einen schweren Geldbeutel Halt, es geht noch weiter Okay, 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 okay Keine Ahnung, was da gerade runtergefallen ist Aber ich will es gar nicht, ich will es gar nicht wissen Weißes Windrad Ein kleines Windrad aus weißem Papier Unter der Klippe auf dem Berg Kongo gefunden Vielleicht hat der Wind es dorthin getragen Das ist einfach nur ein einzelne schneeweißes Schneeweißes Windrad Das ist aber nicht dieses Ding, was der Mönch da haben will, oder? Oder ist das? Mal leben, wieder, wieder Dankeschön Hahaha Ich hab' ich schon... Ah, okay, dich hab' ich schon getötet. Alles klar. Gut, stimmt. So... Affenschnaps. Alkohol, der durch Tau, der sich in einem hohlen Baum gesammelt, entsteht. Früchte, die von Affen in Baumhöhlen versteckt werden, könnten fermentieren und mit etwas Glück zur Sarke werden. Es ist für seinen rauen Geschmack bekannt, doch manche finden diesen Besonderes schon unwiderstehlich. Ich hab' keine Ahnung was du bist, aber... You're dead. Wo bin ich? Chinobi-Fluchtweg führt zur Dämonen-Glocke? Ich hab' keine Ahnung, dass ich mich ein bisschen an den Typen, den ich schon kenne... Ich hab' ein bisschen Sorge, weil das letzte Mal, dass ich gegen so einen Typen gekämpft hab, der hat mich einfach nur fertig gemacht. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich hab' nicht mal ne... Ich hab' nicht mal... Ich hab' keinen blassen Schimmer, wo ich bin. Ich hab' keinen Fehlt. Ich hab' in den Typen mit mir ab verlassen. Ach, mir... Oh, und, hier finde ich das. Euch? Ich hab gerade Was? Ich weiß wo ich bin Das macht mich gerade total Hä? Ja Ich weiß wo ich bin What? What? Interessant Ja tatsächlich Ich weiß tatsächlich genau wo ich bin Da vorne ist mein Händler Hier ist der rote Oga Einer der Gegner Gegen die ich am meisten Probleme von allen hatte Was schon Ein bisschen lächerlich ist Ein bisschen weg Gib mal dein Geld Hier ist mein Händler Ich grüße euch Ich habe Verratet ihr es mir mein Herr? Ja Sie scheinen nur noch wenig Salz zu besetzen Salz Sagt ihr? Ihr esst es natürlich Aber damit kann man auch die Toten reinigen und es auf Wunden geben Krankheiten verbreiten sich schnell mit den verwesenden Leichen auf dem Schlachtfeld Jeder ist auf der Suche nach Salz Das heißt Jetzt kann ich Geschäfte machen Viele Leute benötigen Salz Das Karma wird mich nicht heimsuchen, wenn ich es etwas teurer verkaufe Und wo das jetzt geklärt ist Muss ich mir Salz besorgen Vielen Dank, mein Herr Das ist jetzt irgendwie nicht so das Zeug, was ich brauche Ich wollte jetzt Bis zum nächsten Mal Ich werde neu Kommt dann unbedingt wieder Ach, mein Hühnchen Ich wollte eigentlich jetzt gerade kurz mehr Dingens kaufen Warte mal, war hier nicht dann irgendwo dieses Das Papier wird in einer Zeremonie mit Urquellwasser hergestellt Wie die Götter die Wasser segnen Und so segnet auf das Konfetti all jene Die es berührt Gegner vom Typ Erscheinung Habe ich hier irgendwo Eine Liste von Was mich gerade so Ihr erinnert euch vielleicht an diesen einen Schrein Wo wir unser erstes Konfetti bekommen haben Da meinten die doch irgendwas Oh, was ist mein Freund Oh, cool Moment mal, ich mach dem keinen Schaden Oh, ich mach dem Oh, wow Oh, wow Okay Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Hoffe ich Vielleicht Ganz ehrlich, nicht jetzt Wir fießen auch schon wieder Überlänge Ich würde eigentlich gerne nochmal Irgendwo eine Pause einlegen Wieso lebst du wieder Sehr schön Wuhuuu Schön Wir machen den Cut Ich sage bis zum nächsten Mal Was schon im Video ist Euer Hedi